Verstehst du? Du sagst ausstrahlendig, wie ist das? Der hat zu mir gesagt, du hast ein bisschen frustriert. Wenn er Mann ist, soll er hier kommen, aber nicht hinter den Händen sagen. Aber wo ich da war... Aber er soll nicht Bälle machen auf meinem Kopf. Ich habe mit ihm nichts zu tun, der soll seinen Weg gehen. Ich soll meinen Weg gehen. Aber wenn er mich schlecht gelästert mit anderen Landsmannen, dann hat er Probleme. Magomet, du machst selber Probleme mit Leuten. Ich mache selber keine Probleme, hat er gesagt. Ja? Wie ist das selber? Wie ist das überhaupt? Keine Ahnung. Wie ist das? Ist das einer Präsident von Tschetschenland? Keine Ahnung. Wie ist Magomet auf, Wallah? Natürlich, Mann. Ich habe ihn live gesehen, Wallah, richtig dünn. Komm, fest auf, komm. Ich fahre morgen los, morgen bin ich bei dir. Okay, ich bin Armen, du sehen uns. Ich habe Magomet live gesehen, Wallah, so dünn. Ich schwöre auf Koran. Der ist doch gar nichts hier, Selam, ey. Alles gut. Aber der Kippe ist jetzt. Aber der Kippe ist jetzt. Ich habe gesagt, wenn du mich anfasst, ich muss mich verteidigen. Du verteidigst dich. Ich hoffe, du machst mich bei Polizei diese Faxen. Polizei? Ich war noch nie im Polizei Sinne. Ich hoffe. Ich hoffe. Leute, ich muss ihn schlagen. Er ist mein Bruder, ich muss mich einmischen, Wallah. Ich komme, Magomet. Kannst du mit ihm gerne hier kommen? Wallah, ich muss mich einmischen, Wallah. Komm, komm hier. Komm mit ihm. Dann werden wir sehen, Magomet, was ich mit ihm mache, wenn ich... Wallah. Es ist für mich egal, ob das der Landsmann ist. Egal, wer ist das Konsole, was er will sein. Atlantik ist hinter mir, Atlantik ist hinter mir. Bruder, nimm, wem du willst, kannst du mitnehmen. Es ist für mich scheißegal. Es hüpft mich nicht. Kein Tschetschener wird hinter mir stehen. Ja, Habibi. Bist du dir sicher, kein Tschetschener hinten mehr steht? Wallah. Bist du dir sicher, kein Tschetschener hinten mehr steht? Keiner. Warum machst du Probleme mit, keine Ahnung, Wallah, der ist korrekt, ja? Du, warum kommst du mit Tschetschener? Komm, ich komme alleine für dich. Ich komme alleine zu dir. Warte, du sagst, keiner steht hinter mir, willst du morgen sehen, ob keine Tschetschener hinter mir steht? Atlantik hat zu mir gesagt, keiner darf hinter dir stehen. Keiner. Keiner? Wer ist Atlantiks? Sag mal, wer ist das? Wirst du sehen? Wer ist das? Mach kein Problem mit mir. Ich hab gedacht, ich hab alle... Bitte, guck mal. Keine Ahnung. Wallah. Ja, Wallah. Ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du mit Atlantiks morgen kommst. Ich gebe dir in deine Hand. 1.000 Euro. Ich gebe dir mein letztes Geld, wenn du mit Atlantiks morgen kommst. Ich gebe dir mein allletztes Geld, wenn du mit Atlantiks morgen kommst. Du hast doch nicht mehr Geld, ja. Sei mal leise, Marco, ich komme alleine, ich brauche kein Atlantiks. Ich rede jetzt mit dir ernst. Marco, ey. Komm bitte mit Atlantiks. Brühl dich, komm runter. Du bist kein Mensch, ich stresstuch, Mann. Hör auf damit. Wirklich, sei mal ein bisschen ruhig, Wallah. Bitte, bitte, bitte. Mach mal deine Boxkarriere, Mann. Hör auf damit, Mann. Ich sag bitte, ich sag bitte. Komm mit Atlantiks morgen. Hör auf damit, ich gebe dir alles zu. Du hast doch keinen Respekt oder was. Ich mach dich auf Stumm, Hamza. Ich hab mit dir nichts zu tun mehr. Guck mal, keine Ahnung, das ist zwischen dir und mir. Er hat dich auf Stumm, der hat sich auf Stumm, hat er gesagt. Guck mal, das ist zwischen mir und dir. Komm, wir reden alleine ohne ihn. Der macht zu viel Fitness. Komm. Ich will nicht mit ihm reden. Komm. Er wird auf Adler, ja. Ich fahr doch, ich hab doch Tickets alles schon gekauft. Ich fahr morgen zu ihm. Okay, bitte, bitte. Komm mit Atlantiks. Ich will, dass du mit Atlantiks kommst. Komm. Ja, was hab ich mit Atlantiks? Ich komm zu dir morgen. Ich will, dass du mit ihm. Wallah, ich geb dir was du willst, wenn du morgen kommst. Warum soll ich mit Atlantiks kommen, Umo? Ich will, dass du mit Atlantiks hier kommst. Bitte, bitte, bitte. Komm hier mit Atlantiks. Bitte. Ich sag dir, bitte. Komm. Atlantiks ist hinter mir dann. Okay, dann soll er mit dir. Mo? Jawollah, kleines Kind, er versteht das nicht. Hör auf zu beleidigen einfach mal. Okay, ich sag dir, guck mal, ich sag dir, bitte, bitte komm mit Atlantiks. Ich geb dir was du willst. Ich geb dir was du willst. Ich entschuldige mich vor dir, was ich so geredet habe. Wenn du mit Atlantiks kommst. Wenn du mit Atlantiks kommst. Mo, wegen Fame, ne? Nein, ich mach keinen Livestream. Ich sage, entschuldige mich vor dir, Frau Kamel, was du willst. Aber bitte nimm Atlantiks mit. Ich will, dass du unbedingt mitnimmst. Okay? Anna, Anna. Anna, Anna. Anna, die könnte nur noch nacken. Andu. Egal, ich bin bei dir, Margot. Mal gucken, wenn du vor mir stehst, was ich mit dir mache. Guck mal. Ich sag dir nochmal, wenn du mit Atlantiks kommst. Ich entschuldige mich sogar. Komm bitte mit ihm. Bitte, bitte, bitte. Komm. Junge, bist du doof oder so? Ich will unbedingt, dass du mit Atlantiks hier kommst. Mach mal nicht mit Atlantiks, Junge. Ich komm nicht mit ihm, Junge. Ich komm alleine. Ich komm alleine. Guck mal. Ich geb dir sogar Geld, wenn du mit ihm kommst. Komm mit ihm. Junge, ich brauch dein Geld. Nimm ihn mit. Wenn der hinten dir steht, guck mal. Ja. Okay, alles gut. Du kommst alleine hier, okay? Ja. Dass du alleine kommst. Zum Beispiel, ich komme extra mit Leuten und so, okay? Ja. Und du sagst, Atlantik steht hinter dir. Ja. Und soll er dich mit dir kommen und verteidigen? Vielleicht komme ich nicht alleine. Nimm ihn mit. Ich will, dass du unbedingt Atlantiks mitnimmst. Wenn du mit Tschetschenen kommst, soll ich ihn anrufen? Dann ist was los. Nein, nein. Bitte, bitte. Keine Tschetschener aus Braunschweig, keine Tschetschener aus Wolfsburg wird ihm zuhören. Er hat gesagt, er kennt alle und du kannst gar nichts machen. Keine wird ihm zuhören. Keine. Auch die aus Stuttgart, Momo und so. Ich gucke mal. Momo ist mein Bruder zuerst. Ist das dein Bruder? Ist das wie mein Bruder? Ich rufe ihn an. Ich habe seine Nummer vermogen. Ruf ihn, wen du willst an. Ich kenne alle Leute. Ich will, dass du unbedingt Atlantiks mitnimmst. Wenn das Momo aus Stuttgart, der Tschetschener, dein Bruder ist, ich rufe ihn an. Bring ihn auch rein, wenn du willst. Nimm bitte, 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 Atlantiks mit, okay? Margot, diesmal hast du dich mit dem Falschen angelegt. Ich bin nicht Haku. Ich habe mich falsch angelegt. Ich will unbedingt, dass du dich mitnimmst. Ich komme morgen nach Braunschweig und du wirst es sehen. Okay, komm bitte. Ich sage dir, komm, komm. Aber komm bitte mit Atlantiks. Hallo. Sag ich dir. Komm, 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 wir gehen alleine. Wir reden uns, komm. Es gibt nichts mehr zu reden. Ich bin morgen bei dir in Braunschweig. Ich will, dass du unbedingt mitnimmst. Unbedingt will ich. Warum soll ich dir mitbringen, Junge? Ich habe ein Problem mit dir, Alter. Aber der sagt, der steht hinter mir. Er hat mir gesagt, du brauchst mit Tschetschenisch zu kommen. Der hat alles im Griff. Du sollst allein mit mir kämpfen. Wie hat ein ganz Tschetschenisch zu tun? Jemand, der ist extra nach Berlin gekommen, jemanden zu packen, aber hat ihn nicht gepackt. Wieso soll ganz Tschetschener hinter dir stehen? Hinter ihm stehen. Aber egal. Okay, guck mal. Ich bin junger. Ich bin 19 Jahre alt. Aber 28 Jahre alt, Junge. Dann benimm dich auch so. Wenn du mit ihm redest, bitte komm mit ihm einfach, okay? Ja, was ist, was redest du denn da? Was hat denn jetzt der damit zu tun? Ich habe Probleme mit mir. Ich will, dass du unbedingt morgen hier kommst. Unbedingt mit Aslantik. Junge, was redest du denn da? Verstehst du nämlich nicht? Ich will, dass du unbedingt. Du sagst, der steht hinter dir. Aber du sollst mit dem kommen. Okay, ich komme nicht morgen alleine. Ich komme mit Tschetschener. Ja, dann komm mit mir mit. Nimm Aslantiks mit. Die würde nicht mit dir reden. Nimm Aslantiks mit. Du bist. Ich komme alleine. Ich will, dass du einfach. Okay, ich komme alleine. Ich habe Spaß, warum ihr Streit habt. Nimmst du Aslantiks mit? Ich komme alleine. Hör mal zu, du bist Kampfsportler, ne? Ich bin Kampfsportler. Ich bin kein Kampfsportler. Ich komme alleine. Okay, kannst du alleine kommen? Okay, ich sage dir nichts. Wenn du kommst, kannst du zu deiner Aslantiks Bescheid sagen? Wenn ihr beide, soll ihr beide so weit oberen? Aber du sollst beide hier herkommen. H Benedikt nicht. Ich sage nicht. nichts uff stop w 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